In der Altstadt wollen wir durch das Aufstellen von Bänken, Trinkbrunnen und Sonnenschutz zum Beispiel am Ufer Kristallpalast und auf der Prager Straße die Aufenthaltsqualität erhöhen. Wir setzen uns für barrierefreie, öffentliche und vor allem kostenfreie Toiletten an den Elbwiesen und anderen früh besuchten Orten ein. Neben dem Erhalt von alten Bäumen setzen wir uns besonders für die Pflanzung von neuen Bäumen ein. Wir verbessern die Ampelschaltungen für FußgängerInnen und RadfahrerInnen und erhöhen die Verkehrssicherheit für alle Mobilitätsarten, zum Beispiel durch breite Radwege oder die digitalen Anzeigen der Wartezeiten. Durch einfache Genehmigungen und weniger Bürokratie wollen wir die Organisation von Straßenfesten erleichtern. Außerdem möchten wir die Elbwiesen genauso wie die anderen Parks in Dresden sauber halten, mehr Mülleimer aufstellen und die Menschen dazu animieren ihren Müll wieder mit nach Hause zu nehmen. Lasst uns zusammen Nachbarschaften stärken, den Verkehr beruhigen und die Stadt kühlen.